Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Katalytische Polymerisation für den Leistungskurs. Das Video gehört zur Reihe Kunststoffe. Für die notwendigen Vorkenntnisse solltet ihr nach Möglichkeit bereits alle anderen Videos über Kunststoffe gesehen haben. Mein Ziel ist es, euch in diesem Video den Verlauf der katalytischen Polymerisation und den Einfluss auf die Eigenschaften des Kunststoffs zu erklären. Der Film besteht aus vier Abschnitten. 1. Die technische Anforderung 2. Heterogene Ziegler-Natter-Polymerisation 3. Homogene Ziegler-Natter-Polymerisation 4. Im Sinne einer kleinen Übersicht, was wurde erreicht. 1. Die technische Anforderung Zwei Dinge spielen bei der Herstellung eines Polymers eine wichtige Rolle. Zum einen die Produktionskosten und als zweites die Produktqualität. Zu den Produktionskosten gehört selbstredend die Produktionssicherheit. Schauen wir uns kurz an, wie die ursprüngliche und alleinige Synthese von Polyethylen erfolgte. Bei dieser Polymerisation waren Temperaturen bis 300 Grad Celsius und Drücke bis weit über 1000 Bar notwendig. Und das, obwohl die Reaktion radikalisch initiiert wurde. Es ist klar, dass eine solche Situation keine Freude hervorrufen konnte. Was die Produktionsqualität betraf, so konnte nur ein enges Spektrum physikalischer Eigenschaften erzielt werden. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.